Wuuuh, jahuuu! Oh, da hinten ist schon einer. Alter, stopp! So, ähm, unser Feuchchen müssen wir am Brennen halten für die Nacht. Wir haben ja hier noch Blätter. So, das haben wir jetzt schon mal stehen. Das können wir schon mal... Obwohl, das ist ja gar nicht so wichtig erstmal, weil wir haben ja schon einen, der uns, äh, trinken geben würde. Der hier wäre wichtig. Meine Schildkröte! Oh, sie ist... Ich schaff das! Ich lauf weg! Los, renn um dein Leben! Ja, renn! Renn um dein Leben! Droppt es. Oder so. Ach komm, wir hacken die jetzt einfach um. Ach, geht ja gar nicht. Weil der Typ zu schwach ist, eine Axt zu schwingen. Ein Bären kann er schwingen, aber keine Axt. Oh, es wird nebelig. Das gefällt mir gar nicht. So, die jetzt auch noch kaputt machen. Richtig so. Was haben wir hier? Richtig. 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 Alles, alles niedermachen. Ja, man. Ja. So ist gut. Achso, wir hatten ja vorhin am Baum Leben verloren. Ist mir gerade aufgefallen. Können wir einmal auffüllen. So. Achso, wir konnten hier eben... Ich glaube, das Spiel macht das so, dass wenn du die Dinger bauen willst, dass dann Schildkröten spawnen. Lass einfach noch mehr von den Dinger bauen, dann kommt uns ne ganze Armee aus den... Na komm. Na komm. Stirb. Richtig so. Sammelt sich da schon was? Naja. Ok. Ey, warum kann ich das nicht aufheben? Frage. Oh, ich hab schon... Fuck. Ich hab schon viel zu viel. Come on. Ja. Die krieg ich da für nicht weiter. Die genießt was. Die mag das. Richtig. Ah. Jetzt liegen wir über Fleischstückchen rum, aber... Sowas mögt ihr ja. Ach, äh. Wir nehmen jetzt einfach mal das Fleisch und Braten. Ich muss unbedingt wieder. Komm, schnell. Zeh. Feuern. Anfeuern. Kann ich hier nicht noch eins drauflegen? Ja. Ich kann sogar zwei drauflegen. Das ist ja nice. Brennt. Sieht recht cool aus, unser kleines Lager. Ich hoffe, wir kriegen jetzt heute noch die Bombenstimmchen fertig in der Folge. Na gut. Es sind halt beide. Verschwendung aber dennoch. Äh, äh, äh. Freundchen hier. Na komm her. Richtig. Sieht das Fleisch schon wieder? Da haben wir immer noch zu viel Fleisch dabei. Na haltet doch die Fresse. Wenn ich mich werde hier reinstellen, dann kannst du gar nichts mehr machen, Fräulein. Oh, ich hacke euch alle tot. Oh, das klingt ja nicht so nett, aber bin ja auch nicht nett zu denen. Ach komm, warte mal. Nein. Lauf. Lauf du Hut. Tennisbälle wie... Tennisbälle wie... Freunde, wir haben das Gerät gefunden, wie ihr im Schatten sehen könnt. Das lag einfach hier. Und wir haben hier auch einen Topf. Ich habe den Topf mitgenommen und einen Schokoriegel und einen Dings. Ich bin sowas von doof. Ja, das bist du. Wir werken jetzt mal hiermit um, hiermit geht der Baum kurz schneller um. Na komm. Geht's euch gut? Warte mal, ich drehe meine Kamera so ein bisschen Stativ. Nee. Baum fällt. Okay. Ja. Bevor ich da hingehe... Könnte ich hier einfach noch ein paar Sticks mitnehmen. Das wäre vielleicht sinnvoll. Oh, bevor die... Viecher wiederkommen, ey. Die gehen nämlich richtig auf den Sack. Ja, da oben sind sie doch schon wieder. Und jammern darüber, dass ich da Leute von ihnen aufgespießt habe. Gefällt euch das, ne? Das merkt ihr, ich weiß schon. Dieses Spiel ist überhaupt nicht gruselig. Ist mir grad mal aufgefallen. Außer man ist in der Höhe. Die sind echt gruselig. So. Ja. Bau das. Das auch noch. Zip. Zip. Okay. Ähm. Ready... To take off. Ready for take off. Nicht ready to take off. Hä. Hä. Ich hoffe, die haben das hier immer gefixt, dass das nicht immer... Habe ich das grad abguckt? Ja. Ja. Das ist halt so, dass man das... Man baut ein Gerüst, was wasserdurchlässig ist, um diese Sachen vor Wasser zu schützen, die hier unten rumliegen. Logisch. Logisch. Logisch nicht vorhanden. Oh, ein Stock. Okay, wie viel brauchen wir denn jetzt noch? Wie viel Zeit haben wir? Sieben. Neun. Das schaffen wir. Kaputt mit dir. Hä? Ja, das war mein Benjamin, mein persönlicher. Oder so. Fall! Sporto! Ich hab den in die Richtung. Ja, sauber. Das ist alles cool. Ich hab die hier endlich nicht... Man kann sie dir doch zeigen. Seit dem neuesten. Find ich schön. Thumbs up for this fucking shit. Man. 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 Okay. Nö, bitte. Man. Man. Joaus. Jha. Sch워ной. In die Richtung. Jaw. Boah. Ich bin voll gut da drinnen. Ooh. Ass işi. Hast dich gesch subscribers. Monat von ungekläte Schreiberpapier. Um. Prototypen. empfiehlt ihn euren freunden weiter empfehlen nicht haten ja wir haben passend exakt genau viele passend exakt genau viele viele gleich gleich so unsere base ist fertig wunderschön mir gefällt sie jetzt schon cool sind wir sicher und haben endlich einen anker der immer noch nicht hart ist was geht mit dir sonst du dich im schatten des ankers ja das mag ich nämlich nicht sind die weg dann heben wir es einfach auf das ist echt mal beheben weil das ding ist echt noch nicht ready to putt hake auf ja hallo ich bräuchte noch mal eine schildkröte spiel ich brauche eine schildkröte das ist fliegende blatt danke spiel meine segen meine segen wurden meine gebete wurden erhört erhört unerhört das gefällt dir also ich das fleisch wieder getroppt troppte den heide nehmen wir mit na komm na ist nicht mehr so schön ich dachte ich hätte da so eine möwe gesehen die da jetzt so flattert ich weiß aber nicht was uns der kochtopf bringt also ich würde sagen wir haben genug ähm seit wann ist das hier höher oh es ist schon immer höher ich habe es höher gebaut ich bin doof ich dachte immer das da wäre innen aber es ist außen weil ich es auch schön finde was sie noch einführen könnten irgendwann dass man sowas wie Garn bauen muss um diese Stämme aneinander zu halten dass da manchmal sowas wie so Seile da drum gebunden sind damit das authentischer aussieht das ist gruselig war ich hier schon mal in dem baum der war angehakt warum ist der schwarz und weiß was den fang ich auf den fang ich auf den fang ich auf den fang ich auf verdammt ich hab ihn fallen lassen aber es sah gut aus oder ja ich weiß ja wir müssen wieder zurück weil wir haben nichts mehr ähm es regnet immer in dem spiel jetzt baue ich Regen kollektoren jetzt regnet es nicht danke spiel finde ich nicht von dir arsch geht ihr schon mal vor ich komme nach hab ich das auch gehört hier ist doch gerade ein baum umgefallen komische sache komische sache hier drin wird einfach alles gemacht ähm ich hab die da drin getötet weil ich das feuer angezündet habe das ist richtig hart ja ja ist klar haben die jetzt meine baumstämme geklaut ja die haben meine baumstämme geklaut oh das wird knapp tschüssi ok wir safe oh das sieht so cool aus mit dem neuen Anzug du wirst sowas nur sterben du wirst nicht entkommen krieg um deine die die können wir essen die können wir essen